Musik Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er, er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen, sie festgestellt. Erhebt ihr Tore, eure Häuter und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr Jesus Christus, der Herr der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Amen. Mein Name ist der König der Herrlichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020